Musik Albert ist ein Perfektionist, das hat man heute Abend auch wieder gesehen. Musik Tour Events steht für Veranstaltungen mit Herz und Verstand. Musik Hier ist so wirklich das Herz an erster Stelle und das finde ich sehr schön. Musik Es war super organisiert, es war sehr herzlich, war ein schöner Abend. Musik Es ist sehr familiär, das Ganze und das schätze ich natürlich immer sehr. Musik Wenn ich was im Eventbereich mache, dann soll es etwas sein, wo die Leute sagen, wow, mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Und das ist genau das, was wir wollen. Two Events organisiert nicht nur Events für uns selbst, sondern natürlich auch selbstverständlich im Kundenauftrag. Also zum Beispiel die Betriebsfeier oder ein Firmenjubiläum. Musik Es war wunder, 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 wunderschöne Abend und ich sage einfach Dankeschön. Musik 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 Musik